hallo und herzlich willkommen zu diesem video auf meinem kanal ich habe mir wieder eine lok zugelegt 3003 sehr preiswert auf dem aufkleber steht umschalter defekt da die lok sofort ein bisschen ruckelte habe ich zunächst einmal den schleifer abgeschraubt und den kontakt zur kontaktplatte gereinigt den schleifer wieder drauf und dann mal die lokomotive auf mein testgleis gestellt ok umschalter schaltet um vorwärts rückwärts aber bewegt sich beim umschaltstrom kein millimeter sehr merkwürdig dass sich die spule da frei bewegen lässt also den umschalter ausbauen die kontakte ablöten dann rausschrauben in meinem fundus habe ich noch einen passenden umschalter gefunden der wird aber noch mal gereinigt die kontakte der schaltwippe mache ich auch noch mit tausender schnirgel sauber dann wird der umschalter rein geschraubt die kontakte zum feldmagneten anlöten am hauptpunkt und dann wird er auch schon getestet jetzt schauen wir uns den ausgebauten umschalter mal an und jetzt fällt auf der tier diesen stift da so ein nötpunkt drauf gemacht das spricht dafür dass der gar nicht original war denn dieser umschalter zum beispiel der 3000er ist unten frei man kann den rausschieben aber das ist unten am gehäuse auf und weil das bei dieser lok dann frei schweben würde fällt der raus und dann tut es nicht mehr das heißt dieser umschalter war ohnehin nicht original da drin da ist der masse kontakt leider abgefallen das ding hat sich hier bewegt dann ist da das kabel ab den bisschen hoch biegen dann fällt er hier raus und da ist schon das elend das heißt der ist hier abgebrochen so wenn ich das kabel jetzt finde würde könnte ich wieder dran löten dann gucken wir mal durch eine lupe nehmen kann man sogar in der kamera sehen aber das sehe ich nichts das ist es nicht da festkleben ich muss da unten ein rausfischen ob ich da anfinde wo ich meine nadel jetzt war das ganze bild hier ich habe aus der untersten wicklung eine schlaufe rausgefischt die ein wenig nach vorne gezogen und an diese wird dann ein stück kabel wieder angelötet durch das loch durch und wir sehen er zuckt wieder jetzt mache ich hier ein tropfen uv kleber drauf der läuft jetzt rein dann schiebe ich den kameraden ganz vorsichtig zurück so testen noch mal geht noch jetzt nehmen wir den die glämpchen hier 1 2 3 4 5 und der seite ein abschlusstest und die schaltwippe schaltet auch richtig hin und her sieht man hier die umschaltung erfolgt dann dadurch dass hier mit dieser schaltwippe entweder die eine spule des feldmagneten mit strom versorgt wird oder die andere vorwärts rückwärts und die feder führt den umschalter in die ausgangstellung zurück das war es zum thema reparatur eines umschalters wenn das video gefallen hat würde ich mich über natürlich wenn der kanal gefällt ein abo über jeden kommentar freue ich mich vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal